Hallo zusammen, hier möchte ich euch unser neues Casio Splitport präsentieren für das nächste Jahr. Das sensationell ist, wir haben eine zusätzliche Länge dabei, Länge 155, nicht nur für Mädels, sondern auch für unsere Freestyle-Ride wieder mitfahren. Und wir haben für das nächste Jahr natürlich auch einige neue Innovationen mit einfließen lassen. Hier ist ein Vorteil. Das nächste Split ist, dass wir hier den Powder Shape mal einen zusammen mit unserer konvexen Slide Base. Und die konvexen Slide Base, die zu den Seiten abgeschreckt ist, sorgt natürlich für ein viel besseres Aufschwimmen im Powder und ein viel besseres Powder-Feeling. Und zusammen mit dem All-Mounting Powder Walker Shape ist das die perfekte Symmiose und das beste Walker-Aufschwimmen im sehr spielerischen Gelände. Dann haben wir natürlich für das kommende Jahr auch noch einige Verbesserungen vorgenommen, die ihr bereits wisst. Und auch plötzlich, Skin Pin System, einzigartig, was wir übernommen haben. Das hat auch keine andere Brand mit auf dem Markt. Jetzt haben wir unsere Aufhängung hinten im Tail noch weiter optimiert. Also wir haben auch hier die Lösung mit einem Loch integriert, einem Skin Pin Loch. Einfach auch mit Handschuhen zu handeln, wie hier mit unserem optimierten Cola-Film. Also hier sind wir echt mit Auftrumpfen. Ebenso zu achten unsere Details von Flögel. Wir bohren beispielsweise nicht die Hooks durch, wie es sonst überall zu sehen ist. Sondern wir haben mit einer Inside-Lösung noch tatsächlich einmal freie Option. Und das ist eine kleine Lösung hier. Im kommenden Jahr kommen wir den schwarz-eluxierten. Hoch den Clip. Hoch den Clip. Hoch den Clip. Und genauso mit der doppelten Steiglip jetzt hin. Das ist ein neues Casious Clip für die kommende Saison. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.